Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, 345 Lumen entsprechen laut EU-Richtlinie 31,5 Watt und nicht wie beworben 50 Watt. Die vom Gesetzgeber geforderte Lumenangabe fehlt in der Beschreibung völlig. Hier wird der Kunde in die Irre geführt. Ein Vergleich mit anderen Lampen ist dadurch nicht mehr möglich. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.